Ja, ich mache jetzt noch mal kurz einen Test hier mit 4K, rund 60 Frames per Second. Ich habe kurz angehalten, um was zu trinken zu brauchen. So, da sind wir, hallo, hallo. So, dann beende ich mal den Test und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.